Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass Kälte auch ihre gute Seite hat, sieht man an den vielfältigen Goldstadtprodukten, die dank der Tiefkühltechnik über längere Zeit im frischen Zustand aufbewahrt werden können. Von den verschiedensten Gemüse, über das ausgesuchte Flügel oder den mehr frischen Fisch bis zu den abwechslungsreichen Fertiggerichten, die man nur noch in den Ofen stellen muss, gibt es von Goldstar einfach alles. Und die Gerichte helfen einem auch Arbeit, Zeit und Geld sparen, weil sie schon Pfannen fertig vorbereitet sind und man keinen Rüstabfeld mehr hat. Damit jetzt die höhe Qualität der Goldstar Tiefkühlprodukte auch beim Kochen erhalten bleiben, sollte man ein paar Regeln beachten. Gemüse und Bachware nie im Voraus auftauen, sondern direkt in die Pfanne oder in den kalten Ofen geben. Das gilt auch für Früchte, wenn man eine Wehe machen will, sonst wird der Teig vom Saft aufgeweicht. Geflügel und Fisch immer im Kühlschrank auftauen, damit sich keine unerwünschte Bakterien bilden können. Und bei Herdöpfelspezialitäten, wie der Goldstar-Kroketten, darauf achten, dass das Öl richtig heiss ist, damit sich eine Kruste bilden kann. Zur Zeit offeriert Ihnen Coop übrigens eine ganze Reihe von Tiefkühlprodukten zu Aktionspreisen. Das wäre doch wieder einmal eine Gelegenheit, Ihren Tiefkühler aufzufüllen. In der grossen Coop Tiefkühlaktion gibt es unter anderem auch günstiges Boulet. Ideal für unser heutiges Rezept. Zuerst eine tiefe Auflaufform mit Speckdranchen auslegen und dann mit Rohschinken. Die auftalte Boulet in kleine Stücke schneiden, in die Form legen und zum Schluss alles mit Bouillon übergießen. Den Rand von der Form aussen mit Ei bestreichen, mit einem Deckel aus Blätterteig belegen und den Rand gut andrücken. Die Teigreste als Garnitur verwenden, dann mit Eigelb bestreichen, das Kämi nicht vergessen und dann eine Stunde in den heissen Ofen. Zur Verfeinerung dieser köstlichen Pasteten können Sie am Schluss noch ein halbes Gläschen Madeira in die Öffnung gießen. Das Rezept steht in der Goop-Zeitung dieser Woche. Einen guten! Und jetzt kommen wir zu den Goop-Sonderangebote. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Bei Goop kosten die Dentalux-Sahnbürste für Kinder zwei Stücke nur 1,90 und für Erwachsene zwei Stücke nur 2,40. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goop Choco-Petit-Beur-Wernli statt 3 Franken für 2,20. Petit-Mignon-Arni statt 2,80 für 2 Franken. Zwei Stücke Kalbsbratwürste statt 2,80 für 2,30. Eine Mini-Terrine französische Frischkäse Contadou statt 2,90 für 2,40. Alle Zahnpasten sind jetzt 50 Kg günstiger. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Vollwäschmittel Omo statt 17,90 nur 14,90. Jaffa Chamouti-Orangen in die Tragtasche das Kilo für 1,40. Auf Wiedersehen! David 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 Untertitelung des ZDF, 2020